Freunde, ich will nicht unendlich leben, denn Blumen, die nicht verwelken, müssen aus Plastik sein. Das Schöne an Rosen oder Nelken ist doch, dass sie verwelken. Das ist doch der Sinn des Seins. Indem wir alle sterben, ist doch die Ewigkeit. Und die, die uns beerben, werden sterblich sein. Und die, die vor uns waren und heute nicht mehr sind, gingen und ließen uns erben. Darin sehe ich den Sinn. Mein Tod, das ist ein Schmetterling. Der fliegt mir stets entgegen. Und ich werde lustig sein, wenn wir uns begegnen. Dann werde ich freudig mit ihm gehen, mit Tanzen, Lachen, Scherzen. Mein Tod, das ist ein Schmetterling. Der frisst meine tausend Schmerzen. Der frisst die Angst, die Einsamkeit. Der frisst auch meine Sorgen. Der Tod, das ist ein Schmetterling. Mein Hoffen auf das Morgen. Mein Hoffen auf das Ende, dass es zu Ende geht. Dass sich das Rad der Sorgen nicht ewig weiter dreht. Das ist ein Schmetterling. Das ist ein Schmetterling. Untertitelung des ZDF, 2020